Herzlich willkommen zum Wachstumsfeuer Podcast, deinem Podcast für persönliches Wachstum, Soft Skills, die dich in Beruf, Studium und deinen eigenen Projekten weiterbringen sollen und High Performance, sodass du jeden Tag dein Bestes geben kannst und voller Energie durchs Leben gehst. Mein Name ist Nico Juranek und in dieser Episode widmen wir uns dem Thema Was tun, wenn es so gar nicht läuft? Vielleicht kennst du das, wenn sich alles so anfühlt, als ob sich die gesamte Welt gegen dich verschworen hätte, wo du denkst, es macht einfach keinen Sinn und wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe dir heute ein persönliches Beispiel mitgebracht, wo ich genau in so einer Situation war, wo ich nicht wusste, wie es weitergehen soll und möchte dir zeigen, wie man gerade hier Vertrauen schaffen kann und weitermacht und darauf vertraut, dass alles gut wird. Ich freue mich, dass du hier bist und nun lass uns auch schon in die Episode hinein starten. Steve Jobs hat einmal gesagt, You can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards. So you have to trust, that the dots will somehow connect in your future. Das ist eines meiner absoluten Lieblingstitate und irgendwie komme ich immer wieder darauf zurück. Und vielleicht kennst du diese scheinbaren Umstände, die einfach komplett gegen dich arbeiten, wo einfach gar nichts funktioniert gerade. Wo du, vielleicht hast du dich für einen Job beworben, den du unbedingt haben wolltest und wo du einfach eine Absage schon wieder bekommen hast. Vielleicht bist du in der ganzen Krise jetzt gekündigt worden. Vielleicht ist deine Beziehung kürzlich in die Brüche gegangen, wo du gedacht hast, es hat einfach so gut funktioniert, das macht jetzt keinen Sinn. Oder du warst hoch ambitioniert beim Sport unterwegs und hast dir deine Verletzung zugezogen, was dich jetzt um Wochen und Monate vielleicht zurückwirft. Und du einfach nur denkst, warum ich und warum passiert mir das jetzt gerade. Und das ist ein hochspannender Gedanke, weil wenn man es dann einige Jahre in der Zukunft rückblickend betrachtet, oft eine ganz andere Bedeutung hat, als man es in diesem Moment vielleicht beigemessen hat. Vielleicht bist du dann heilfroh gewesen, dass du diesen Job nicht bekommen hast, weil eben du dann erst einmal so richtig darüber nachgedacht hast, was du echt wolltest. Vielleicht bist du dann gekündigt worden und jetzt eben hast du einfach überlegen müssen, okay, wie schaffe ich es jetzt in kürzester Zeit Geld zu verdienen, mich zu versorgen irgendwie und bist darauf gekommen, auf etwas, was immer schon in dir geschlummert hat, was du aber im normalen Job immer so unterdrückt hast und wo du aber erst dadurch draufgekommen bist und echt froh warst, dass du dann deinen Traumjob so gesehen gefunden hast. Vielleicht hast du dir gedacht, warum ist meine Beziehung denn in die Brüche gegangen? Es hat so gut gepasst und im Nachhinein, ein paar Monate später, ein paar Jahre später, triffst du dann jemanden, wo du merkst, hey, das ist die Person, auf die ich so gesehen immer gewartet habe und das andere war zwar nett, aber eigentlich hat es dann doch nicht gepasst, wenn du ehrlich zu dir warst. Und das ist einfach so spannend, weil eben genau diese Erfahrungen, diese Umstände dann in der Zukunft sich komplett anders herausstellen können, als wir das vielleicht am Anfang gedacht haben. Und ich hatte da gestern so einen recht einprägsamen Moment. Vielleicht kennst du so diese Funktion von Facebook und von Instagram, wenn du vor Jahren einen alten Beitrag gepostet hast, der dir einfach dann neu angezeigt wird. Dieser Beitrag hatte vor vier Jahren die meisten Kommentare, die meisten Likes. Und ich hatte eben diesen Beitrag, wo ich ein Foto davon gemacht habe, von meiner Bewerbung, wo ich mich für diesen Verein von Elsa Austria, ein großer Verein für Jusstudenten, wo ich im Vorstand war, wo ich mich damals für die Position des Vice President of Marketing für ganz Österreich beworben habe. Und das war so für mich so ein einprägsamer Moment, weil ich schon irgendwie gewusst habe, okay, das Ganze interessiert mich und ich will es machen, aber natürlich habe ich nicht wirklich gewusst, was dadurch passieren wird. Und rückblickend betrachtet kann ich einfach sagen, es war wahrscheinlich die beste Entscheidung in meinem Studium, diesem Verein beizutreten, mich dort zu engagieren. Lass mich erzählen, warum. Ich muss dir vorstellen, wie das damals war. Das war so im dritten, vierten Semester, glaube ich, meines Studiums. Sprich, ich habe die Anfänge, die anfänglichen Hürden vom Studium schon gemeistert gehabt, die ersten Fachprüfungen gemacht und war schon so ein bisschen in der Materie, nur um dann dort drauf zu kommen, okay, so wie ich mir das ganze Studium, das ganze Juristische vorgestellt habe, ist das doch ein bisschen an meiner Vorstellung vorbeigegangen. Und es ist doch irgendwie so, dieses Klischee, Jus ist immer so trocken, du musst alles auswendig lernen. Und auch wenn ich so diese Vorurteile nicht ganz bestätigen konnte, so habe ich gewusst, es fehlt mir irgendwas. Und ich sehe mich darin nicht ganz, was uns natürlich extrem schwierig gemacht hat, weil ich gewusst habe, okay, das Studium, das dauert von der Mindestzeit her vier Jahre und du musst da jeden Tag voll dranbleiben und lernen und einfach diesen Biss haben, da durchzuziehen, um das abzuschließen. Und wenn ich da jetzt schon nach knapp eineinhalb Jahren weiß, dass es mir gerade sehr schwerfällt, wo ich einfach diese Connection nicht habe, habe, wie soll ich dann die nächsten drei Jahre das durchziehen? Oder zahlt sich das überhaupt aus, meine Energie da hineinzustecken, wo ich jetzt so quasi damit kämpfe und mich einfach nicht als Jurist sehe? Und das war dann so ein einprägsamer Moment, wo ich dann so ein bisschen herumgeirrt bin auf der Uni und aber dann über einen Kollegen, den ich damals in einem Kurs kennengelernt habe, auf diesen Verein gekommen bin, auf ELSA. Und die haben dann so eine Veranstaltung ausgeschrieben gehabt, die mich recht interessiert hat, nämlich das war die M&A Contract Competition. Es sind ja nicht Juristen unter euch, geht darum, um die großen Gesellschaftsübertragungen, diese großen Verhandlungen, was man auch so bei Suits und so sieht, diese großen Millionendeals. Und mir hat das damals getaugt, weil das so die praktische Chance war, dass du in studentischen Teams gegeneinander verhandeln hast können über so einen Vertrag. Und ich war da sofort on fire, weil ich gewusst habe, wow, ich kann da sofort die Praxis schnuppern. Ich musste jetzt nicht so die ganze trockene Theorie irgendwie wie bei den ganzen Prüfungen lernen, wo ich noch nicht weiß, wie ich das anwenden kann. Aber dort habe ich die Chance, einfach so diese praktischen Soft Skills zu entwickeln, einfach mich zu testen, andere ambitionierte Menschen und Studenten kennenzulernen, die vielleicht ähnlich ausgerichtet sind und auch mit den Menschen in der Praxis, mit Anwälten, mit Top-Juristen dort gleich ins Gespräch zu kommen und zu connecten. Also super coole Sache. Und auch wenn ich damals noch nicht wirklich eine Ahnung hatte, eben so vom Juristischen. Irgendwie haben wir es geschafft, dann doch gut zu verhandeln und dann das Finale in Graz wirklich zu gewinnen. Sprich, wir waren in dem ganzen Österreich-Finale und als Sieger von diesem Graz-Finale, von dieser Lokalgruppe, hat jeder von uns so eine dreiteilige, umfangreiche Bandreihe bekommen, wo so Musterverträge abgedruckt waren. Und das ist dann einige Jahre jetzt in meinem Regal gestanden. Und ich habe dann, es ist dann so weitergegangen und ich habe immer mehr gewusst, okay, so das Juristische, irgendwie stelle ich mir das doch ganz anders vor und es fehlt mir ein bisschen und habe immer mehr so damit gehadert. Und auch so die ganzen Studienunterlagen im Regal sind dann eher so, viele davon, so wie diese Vertragshandbücher, eher unbenutzt dargestanden, wo ich mir gedacht habe, okay, was mache ich jetzt damit. Ich war dann an einem Punkt schon kurz davor, dass ich ein radikales Ausmisten gemacht hätte, wo eben auch viele Bücher, wo ich mir gedacht habe, alles, was ich so im letzten Jahr nicht mehr gebraucht habe, das kann ich weggeben. Und dann habe ich diese drei Bücher, diese Vertragshandbücher in der Hand gehabt und habe dann gedacht, okay, was mache ich jetzt mit denen zum Wegschmeißen, ist das echt zu schade. Schauen wir mal eben wie bei den vielen anderen Unterladen, vielleicht, was haben die für einen Wert, vielleicht kann man es verkaufen. Gut, dann bin ich draufgekommen, dass diese Reihe tatsächlich einen Wert von mehreren 100 Euro hat. Wo ich mir gedacht habe, okay, ja, wegschmeißen wäre wirklich zu schade, aber nachdem es auch schon eine neuere Auflage gibt, wäre ich da jetzt auch nicht mehr so viel dafür bekommen. Behalten wir es halt einfach einmal. Schauen wir, vielleicht kann ich es wieder erwarten, doch irgendwann noch gebrauchen. Und das war genau so was, so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, eben, was passiert dann. Und welcher zu ein paar Jahre jetzt einfach so in die Zukunft vorspult, also wo ich jetzt bin, wo ich sagen kann, es waren dazwischen wirklich große Hürden, gerade im Studium, gerade wo ich nicht gewusst habe, wie kann ich das fertig machen, will ich das überhaupt fertig machen, wo ich so teilweise schon bei einer Prüfung, meinem vorletzten Prüfungsantritt war. Was natürlich dann auch mental extrem schwierig war, wo du denkst, hey, du weißt, es macht ja echt nicht wirklich Spaß, dieser ganze Stoff da, und du musst das jetzt aber lernen. Und wenn du das jetzt nicht schaffst, dann bist du vielleicht beim nächsten Antritt, ist so gesehen alles vorbei und so. Und irgendwie habe ich da aber dann doch diesen Sinn für mich gefunden, wo es auf einmal wirklich Spaß gemacht hat, wo ich so irgendwie so dieses theoretische, abstrakte, vielleicht in der Zukunft zu machen, einfach mit der Praxis verknüpfen konnte. Und daraus sind dann ganz spannende Sachen entstanden, weil ich mich dann eben für diese Position, wie ich gesagt habe, kandidiert habe, wo ich dann tatsächlich gewählt wurde, auch mit einstimmiger Mehrheit, einstimmig, und was mir extrem getaut hat, weil ich dort dann genau das ausleben konnte, was mir im Studium die ganze Zeit gefehlt hat. Genau diese Praxis, ich konnte Menschen kennenlernen, ich konnte auf große Veranstaltungen gehen. Mir ist es, oblegen, so gesehen, den ganzen Verein nach außen zu präsentieren, das ganze kreative Marketing zu machen. Habe dadurch Soft Skills gelernt, ein besseres Auftreten. Also alles, was mir im Studium irgendwie abgegangen ist. Und jetzt stehe ich wirklich kurz davor, wo ich kurz vor Ende des Studiums bin, nach einiger Zeit, wo ich lange gekämpft habe, wo ich sehe, ja, es hat sich ausgezahlt. Ich habe diesen Biss entwickelt, ich habe so dieses Warum gefunden, es hat sich ausgezahlt, dran zu bleiben. Und wie eines aus dem anderen kommt, aus diesem Verein war ich auf mehreren Treffen. Auf diesen Treffen habe ich viele Leute getroffen. Von diesen vielen Leuten haben sich ein paar ganz enge Kontakte und sogar Freundschaften entwickelt. Zuletzt habe ich dann einfach so das Gespräch gehabt mit einem guten Freund aus einer anderen Stadt, wo er gesagt hat, hey, ich finde das eigentlich extrem cool, was du so machst, nicht nur jetzt im Studium, sondern auch abseits von diesen Sachen. Und gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn du mit dem Studium fertig bist. Vielleicht, uns wird es taugen, mit dir zusammenzuarbeiten, melde dich einfach. Und wo dieser Moment jetzt genau eingetreten ist. Und witzigerweise, wo ich jetzt in dieser Arbeit drinnen bin, rate da mal, welches Buch es ist, das ich jetzt immer verwende. Und richtig, es ist genau diese dreiteilige Vertragsreihe, die ich jetzt jedes Mal zurate ziehe, wenn ich jetzt über einem Schriftstück sitze, wenn ich da irgendwas neu formulieren muss. Und wo ich mir denke, Gott sei Dank habe ich es damals nicht weggeschmissen. Das wäre die schlechteste Entscheidung wahrscheinlich gewesen. Und das ist für mich so ein sinnbildlicher Vergleich, wie die Sachen einfach kommen können, wo du einfach nicht damit rechnest. Eben wie ich am Anfang gesagt habe, ich war schon davor, es wegzugeben, weil ich mich einfach nicht so als Jurist gesehen habe. Und wo ich jetzt aber ein paar Jahre später einfach dort bin und sage, hey, es taugt mir gerade richtig, ich kann mich da voll entfalten, ich kann gerade diese ganzen Interessen, die ich da immer gehabt habe, wo ich geglaubt habe, die kann man nicht verknüpfen und so, formieren sich da und bündeln sich da zu einer idealen Sache, die mir einfach Spaß macht und wo ich dieses Buch jetzt einfach ständig zurate ziehe. Und das ist jetzt natürlich nur ein persönliches Beispiel, das ich jetzt bringe, weil es eben so kurzfristig ist. Aber ich lade dich da jetzt auch wirklich nachzudenken, was das in deinem Leben gerade sein könnte. Wie ich am Anfang gesagt habe, das können so viele Sachen sein, die vielleicht sogar jetzt im ersten Moment negativ schauen. Eben wie der Job, den du nicht bekommen hast, die Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, die Verletzung, die du gehabt hast, aber die dir Zeit zum Nachdenken gibt, die dich auf eine andere Spur bringt, auf andere Gedanken, wo du dir Auszeit nimmst, wo du vielleicht Menschen kennenlernst, die du in deinem hektischen Alltag einfach nicht getroffen hättest. Und um da jetzt auf das Zitat von Steve Jobs wieder zurückzukommen, eben du kannst diese einzelnen Punkte, wo du denkst, du springst da so herum und das passt alles nicht miteinander, du kannst das vorab nicht sagen, wie sich das alles entwickeln wird und wie das alles einmal zusammenhängen wird. Aber wenn du geduldig bist, wenn du einfach machst, wenn du dran bleibst bei dem, was dir Spaß macht und dann einfach zurück siehst, dann wirst du sehen, es hatte alles einen Sinn. Und du bist heilfroh dann, wenn du diesen Job nicht bekommen hast, weil du jetzt einen Traumjob hast, wenn vielleicht damals die Beziehung in die Brüche gegangen ist und du jetzt einfach deinen Traumpartner, deine Traumpartnerin hast oder sonst einfach irgendwas ganz, ganz Gutes und Positives daraus entstanden ist. Also ich glaube, vielleicht so die größte Kunst ist es da, einfach geduldig zu sein und einfach zu vertrauen und einfach zu machen. Auch wenn das vielleicht in dem Moment nicht so der Fall ist. Und ich hoffe, dass diese Geschichte von mir, diese persönliche Geschichte hier, dir dabei hilft, weil oft sind es auch genau diese Momente, wo wir denken, es verschwört sich gerade wirklich der Rest der Welt gegen uns und es läuft bei allen, nur bei uns nicht. Und da müssen wir, oder dürfen wir uns in Erinnerung rufen, nein, es geht jeden von uns so. Die meisten zeigen das halt nicht und gerade auf Social Media, es wird natürlich alles nur schön poliert, aber jeder von uns hat diese Momente, jeder kämpft damit. Und wenn man daran denkt, dass wir da nicht alleine sind, dass du da nicht allein kämpfst, dass ich da nicht allein kämpfe, dass es uns allen gleich geht, dann ist es schon wieder etwas extrem Beruhigendes und Positives, was uns hilft dann eben dran zu bleiben und dieses Vertrauen zu fassen, einfach eben im Leben weiterzumachen, weiter zu handeln und die Dinge positiv zu sehen oder zumindest in den Verlauf zu vertrauen. Ja, das war die Podcast-Episode Nummer 23 und vielen Dank, es hat mich wieder sehr gefreut, dass du dabei warst und bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass ich dir damit sehr helfen konnte und eben wenn die Sachen, die Dinge vielleicht gerade nicht so laufen, wie du willst, dass du einfach dann denkst und sagst, ja, du gibst dein Bestes, du weißt nicht, wie es ausgeht, aber du vertraust darauf und wirst in ein paar Jahren zurückschauen und weißt, es war richtig. Wie immer findest du diese Podcast-Episode, die Notizen und die ganzen Shownotes auf nikoyuranek.com 23 nikoyuranek.com slash 23 Ich freue mich, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, geh raus und entfache dein Wachstumsfeuer. Bis zum nächsten Mal.